Hast du schon einmal davon gehört, dass die wichtigsten Variablen der Geschichte von versteckten Mächten kontrolliert werden? Die weiße Hierarchie von Chang Shambhala arbeitet im Verborgenen mit der internationalen Synergie an einer Weltregierung. Diese Agenten sind weltweit aktiv und infiltrieren sämtliche Kulturen und Organisationen. Das Ziel? Die spirituelle und moralische Erniedrigung der Menschheit durch Materialismus. Doch wer steckt wirklich dahinter? Die Verräter Sittas, einst spirituelle Führer, haben sich dem Demiurgen verschworen. Ihr Ziel? Die hebräische Rasse zur herrschenden Rasse der Weltregierung zu machen. Wenn ihr Plan gelingt, droht eine noch tiefere Versklavung des Menschen an die Materie. Doch der Feind gibt diese Pläne nicht offen zu und glaubt, dass das Ende der Geschichte unmöglich ist. Was können wir tun, um uns gegen diese geheime Weltregierung zu wehren? Erstens, sich informieren und bewusst werden, wer die wirklichen Drahtzieher sind. Zweitens, die Kontrolle über unser eigenes Leben und unsere Kultur zurückgewinnen. Drittens, kritisch denken und nicht alles glauben, was uns gesagt wird. Die Macht liegt letztendlich bei den Menschen, wenn sie sich vereinen und aufstehen. Gemeinsam können wir den Plan der geheimen Weltregierung durchkreuzen und eine bessere Zukunft schaffen. Erinnere dich, Aufklärung ist der erste Schritt zur Veränderung. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Teile dieses Video und lass uns gemeinsam die Wahrheit verbreiten.